WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Liebe Damen und Herren, Madelo TV, Power Shock Extreme, super Spiel, macht total viel Spaß. Heißt Revenge, davon abgesehen, macht natürlich noch mehr Spaß, weil... Ich will immer mein wallendes Haupthaar ein bisschen aus dem Blick räumen. Nach dem Duschen ist mein Schwanz furcht. Das ist Fakt, pass auf. Wir haben folgende Spielmodi, das ist ganz normal. Power Shock kennt jeder, man klickt hier drauf. Wenn das Licht grün wird, kriegt derjenige, der als letzter drücken tut, den Stromschlag verpassen tut. Dann haben wir die zweite Möglichkeit, Power Shock Extreme. Da kriegt jeder außer dem ersten den Stromschlag verpassen tut. Dann haben wir die dritte Möglichkeit, Revenge. Man kann sich also vorher seine Opfer aussuchen. Kein Problem. Danke für die schnelle Hilfe, Mr. Reflex. Kann sich dein Opfer aussuchen. Und dann, wenn man als erster drückt kriegt das Opfer, den Schlag des Lebens. Das ist so lustig und ich habe so viel Spaß gehabt. Das ist voll fies. Das geht wirklich los. Das ist voll fies. Ah! Wer hat... Wer hat... Wer von euch niederen Subjekten... ...hat mir nur voll gedrückt. Du hast voll gedrückt! Ich kann es nicht voll gedrückt. Das sind der letzte hässliche Wunder übrigens, ne? Ich will erst mal einen Opfer wählen. Boah, fick dich! Du bist so ein mieses Stück. Das sind voll guter Trick, wenn du auch noch eins wählst. Ey, das Lade zuckt immer noch, das ist ekelhaft. Nee, das ist ungefähr. Ah! Und noch mehr so Kuriositäten gibt's im Lifestyle-Bereich auf MateloTV.